hallo leute ja wir sind wieder im voxeltycan wir hatten letztes mal die forschung angeguckt und wir haben hier aber ein fahrzeug was sich verehrt hat da müssen wir uns gleich darum kümmern denn der stau ist ja schon etwas länger ne schauts logo gehen wir auf den großbildschirm wieso hat sich dieses fahrzeug verehrt überspringen wir erst mal hier der lebt jetzt gerade wo soll er hin weil ich abzweck ist hier und nörderstadt nordwest ist da sich verirrt ok da kommt er irgendwie nicht lang oder was hier geht es nicht lang kann man hier irgendwie drunter her oder so bauen schade wäre schön gewesen wenn es gegangen wäre wieso geht das jetzt nicht ne ist das jetzt gebaut oder nicht kann man jetzt nicht so wirklich sehen oder kriegt die karte gedreht sieht eigentlich so aus als ob es da durchgeht oder so und was ist jetzt mit dem verirren laden entladen weil ich statt nordwest da ist doch auch einer ich habe mich verirrt haben wir gerade pause rein das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz nochmal nochmal bearbeiten mach das mal weg halt hinzufügen und entladen kein mensch weiß warum das so ist wieso haben die sich verirrt wo ist hier das problem stadt nordwest was kann man da tun dass das klappt weiß man das mal weg und dann geht das oder wie ja tja weiß ich auch nicht wie das jetzt gehen soll aber wir haben keine pause drin wir haben jetzt die pause drin aber ich habe jetzt hier zum nächsten depot kann man keinen weg zum depot finden schleppen man halt ab das ist das depot da ist ja jetzt weg ne ja und der zweite müssen wir das gleich in grün machen ne das hat jetzt nicht geklappt aber jetzt kann ich dieses fenster hier wieder so das war der hier zum ausgebildeten depot abschleppen so jetzt sind die beide abgeschleppt wenn ich den jetzt wieder starte das fahrzeug hat sich verirrt warum ja komm steppen ab müssen wir neue linie setzen und gucken ob das dann funktioniert die anderen fahren ja alle komischerweise auch wieder hier fehlt es noch an der straße dann gut das war es dann erstmal so und dann nicht bearbeiten will ich auch nicht doch bearbeiten schmeiß weg schmeiß weg ok jetzt sind wir gerade darauf jetzt sind wir auch gerade darauf oder dann eine neue rote da weiß ich auch nicht wie das jetzt geht ne und lass uns mal gerade ein neues fahrzeug kaufen dann geht das bestimmt ne kaufen das ist da laden und alt hinzufügen war da entladen speichern als ok und starten so fährt er jetzt raus wer ist das jetzt hier ah das ist der das ist schon mal gut so jetzt machen wir den auch nochmal aus geht's aus geht's stein zu melke stadt nordwest aus geht's aus geht's den können wir schließen den folgen wir machen wir schneller mal gucken was passiert mal gucken was passiert ja gleicher fehler wie eben kein mensch versteht ist warum fährt er nicht das sind drei fahrzeuge drauf aber das sind die falschen sachen die er da geladen hat ne das muss er laden aber trotzdem fährt er nicht boah das ist jetzt kompliziert ne gab es ein update und das hat es zerstört oder was ach so warte mal jetzt kann ich das wieder weg bringen erst was mit den anderen jetzt ist der nächste da die Eisenplatten sind beim Frottgesang na super wieso kann er jetzt den Weg nicht finden das ist jetzt eine gute Frage was ist hier das Problem hier irgendwie die Straße ist so komisch hinten aha lass uns mal da ein Stück von abreißen oder das hat tatsächlich damit zu tun gehabt ok sieht so aus als ob das das gewesen ist oder was die drei fahren jetzt dieses Zeug und da oben war die Straße halt irgendwie falsch gebaut hier und deswegen ging es nicht okay das heißt das würde wird wahrscheinlich abgewendet werden ne lass mal gerade schneller laufen gucken wann sie hier ankommen ok die kommen und er hat jetzt Lagerware naja ja das wird sich dann mit der Zeit ergeben ne da kommt der nächste ja komm da sind schon wieder welche drinnen 10 15 das ist okay so jetzt lass uns mal anhalten und gucken was mit dem Fahrzeug jetzt hier ist so Fahrzeug Nummer 17 achso ok das ist Fahrzeug Nummer 17 und das ist hier auch Fahrzeug Gefräßabzweig Gefräßabzweig Räubach West Räubach West bringt Holzstimme Ergäuen Gibt es hier Holzstimme das ist die Frage Ja gibt es Wahrscheinlich so oder so Fahrzeug 17 Ne nicht umbenennen Großfahrzeug 17 das ist hier Mehrichstatt Anbau ist da Achso das ist hier für die Forschung Entweder Eisen oder Holzbretter oder Glasscheibe So erstmal gucken wo er hinfährt ne Der holt Kohle Kohle bräuchte er gar nicht ne Das bedeutet bearbeiten Das kann weg Das kann weg Ne Statt Anbau war schon richtig mit entladen Aber da müssen wir jetzt Eisenerz haben Das gab es hier oder Ne Gab es denn das Eisenerz Doch hier Gibt es hier dann Eisenerz eingelagert Ich glaube noch nicht Mann ja oder Aber Halt hinzufügen Wir machen den mal Und da ist Laden angesagt Route 60 Zur Pause raus Fahren lassen Und verfolgen So wir müssen ihm noch sagen dass er jetzt Eisenerz fahren muss Jetzt will ich hoffen dass er das da kriegt das weiß ich nämlich nicht Hm ist wohl voll geworden ne Dann funktioniert das erstmal So ein Fahrzeug hier Mehrgestatt Gefräß Südwest Da soll er das auch hinbringen Und er bringt das falsche da hin Also auch das falsche Auto ne Dann kannst du den mal definitiv Zum nächsten Depot schicken Gut was haben wir hier für einen Insolvenz vermieden das ist schon mal gut So das können wir schließen das können wir schließen Die sind wir auch zu So er hier fährt Hier hin fällt ein Transfer fällt ein Südwest Und hier gibt es nichts mehr er ist zu Das heißt kannst du ins nächste Depot schicken Ja Schade ne Wie teilt das Na ja bringt hier auch forschungsmäßig was hin Und zwar das soll er da hinbringen dann Wie sieht es denn hier aus mit der Forschung 55 von 185 das ist Holzbearbeitung Oder beim Verbattungsmotor hatten wir da auch noch ne Ja der ist hier 7 von 75 Aber da wird ja jetzt das mehr gebracht auch Das haben wir jetzt angestoßen das ist ja schon mal gut So jetzt haben wir hier den nächsten Gefräß halt Aber da gibt es vieles Der soll das nach Heubach West bringen Heubach West hat nur Baumstimme Und der kann keine Baumstimme fahren weil es das falsche Fahrzeug ist Kannst du also auch zum Depot bringen Erledigt Nächstes Fahrzeug Details der fährt Holzbalken Gibt es die hier Achso ich müsste das anschließen Ja die sind hier wohl Können laden Fahrzeug können laden Ach ne hier gibt es keine Holzbalken Jetzt die Frage Ich glaube Die werden hier auch gar nicht mehr gebraucht Ich glaube Da gibt es das gar nicht mehr Aber der kann jetzt hier Das fahren weil das geht Ok Nächstes Fahrzeug Fährt Kupfer Von hier nach Da Hier gibt es aber keinen Kupfer mehr Ne Das bedeutet Die stehen sich hier gegenseitig im Weg Auch gut ne Kannst du auch zum Depot schicken Das ist auch doof gelaufen hier ne Mitfahren konnte man hier nicht Signal ignorieren Ja Lass mal gerade das Gleis hier ändern Muss das hier überhaupt sein dieses Stück Ich komme von hier nach da nach da nach da Und ich komme von hier nach da nach da Und auch nach da Das heißt dieses hier kann eigentlich auch komplett weg Müsste gehen So machen wir es ne Das lassen wir Das lassen wir Nachfrage ist gestiegen Fahrzeug ist unrentabel Details ist ein Zug Und der fährt nur Holzbalken oder was Wo fährt der hin Hier ist laden und entladen ist hier Niemand nimmt es hier ab Warte dann bitte es mit Holzbalken anbringen oder Weil die werden hier wohl gebraucht wenn ich das richtig sehe So Logistik Ja da Und die fehlen da auch sogar Da müssen wir auch noch Finch geschocken sozusagen Das passt ja schon mal So hier haben wir wieder ein Fahrzeug Was fährt der? Das ist ein Holz LKW Fährt hier und fährt nach West Und was wird hier gebraucht? Erz Das heißt Das heißt Ja wird es nicht Kannst du zum nächsten Depot schicken So nächstes Fahrzeug Ist Flachwagen mit Kohle Der fährt aber Erz Aber das ist hier falsch ausgewählt Der soll Erz fahren So nächste bitte Okay der bringt die Teile dahin Aber Die werden hier wohl produziert Werden die aber hier abgenommen Wahrscheinlich nicht ne Ah der hat zugemacht Kannst du zum Depot schicken Brauchen wir auch nicht mehr Nächste Fahrzeug Was nix dann Das ist der mit Holzbalken Die werden hier geholt ist klar Und wo werden sie abgeliefert? Hier Wer ist da? Welche sind das? Die Holzbalken gehen auch dahin Wir können laden und entladen Wo sind der? Wo sind der? Mal stopp Hier ist voll Aha Die nehmen wir nichts mehr an Und Und Können der doch Bretter fahren oder? Gucken wir mal Das mit den Brettern dann klappt Schauen wir mal ob er welche kriegt und ob er dann welche entlädt Hat er gekriegt? Hat er gekriegt auf jeden Fall Jetzt müssen wir noch gucken ob er so entlädt ne? Ja Ja Hat geklappt Und der läuft Gehen wir wieder ein Ja Statt hier Und fährt nach da Und was macht er hier? Er sollte eigentlich Eisenplatten liefern Aber doch nicht hier hin Oder? Macht doch gar keinen Sinn Hier gibt es die Eisenplatten Die kann man hier kriegen Weiß wir jetzt gerade nicht wo genau Aber hier irgendwo müsste es Eisenplatten geben Da Die sind doch eingelagert Aber in der Stadt Südost Die brauchen ja keine Eisenplatten oder? Da ist wohl was schief gelaufen So gibt es denn irgendwo Eisenplatten abzuliefern? Schwierig das jetzt hier zu finden ne? Ja Okay das haben wir noch nicht Hier gibt es das alle nicht Das sind Holzplatten? Ja Eisenplatten sind Flaute Ja schade Dann kannst du ihn zum nächsten Depot schicken Weil das bringt ja nichts anderes Was macht er jetzt hier? Das Nach Heubach West Heubach West kann Eine Holzstimme gebrauchen Und der kann Holzstimme fahren Na ja das wird spannend ne? Fahrzeug ist unrentabel Wird schon Holzstimme Ja Heubach West War der das gerade? Fahrzeug 18 Ist das Fahrzeug 18 gerade gewesen? Wenn man Heubach West anfährt dann ist das Fahrzeug 18 gewesen Kann ich aber jetzt nicht mehr irgendwie ändern Das ist Ein bisschen komisch Aber egal Lass laufen Funktioniert erstmal Dann fliegen ja irgendwann auch neue Nachrichten wieder rein ne oder? So jetzt ist die Frage Wo hapert es jetzt noch? Guck mal her Nachfrage gesunken Guck mal da Was hat der für ein Problem? Einseitiges Signal Im Weg Ja Wo will der denn lang? Könnte da lang fahren ne? Es gestaltet sich etwas schwierig hier So das heißt wir gehen hier mal raus Fahren hier lang Und fahren hier lang Gut Und dann Nehmen wir das Signal mal weg Einseitiges Signal im Weg Jetzt können wir hier nochmal wegreißen auch Also haben wir jetzt gerade ausgemacht ne? Einseitiges Signal im Weg Er hat immer noch das Problem Das war nicht das einseitige Signal oder? Ich mach mal diese Kreuzung hier auch noch weg Ich mach mal diese Kreuzung hier auch noch weg Geht nicht Geht nicht So gehts Oh man ey Okay Da kommt schon der nächste Zug Super oder? So Der möchte jetzt hier rüber Fährt da aber nicht rein Fährt da aber nicht rein Auch gut ne? So So Und dann möchte er von hier noch nach da rüber Seht ihr schon Das wird auch noch schwierig So gehts auch noch So gehts auch noch Der kann da lang Der kann da lang Okay der eine Zug fährt schon mal Aber das ist schon mal etwas So jetzt müssen wir nur Signal noch setzen ne? Wenn auf der Strecke fehlt das ja wohl komplett ne? Das war jetzt reiner Zufall dass die gleichfarbig sind oder? So So Ich glaube der muss so Und der muss so Und der muss so Und der muss so Und der muss so Den hätte ich jetzt noch ein bisschen lieber anders gestaltet hier ne? Warum fährt der jetzt nicht mehr? Oh er fährt noch Okay Hier kann man kein Signal hinstellen Warte mal dann will ich das nochmal umbauen Gefallen tut mir das gar nicht ne? Kann den jetzt aber auch nicht Wieso kriegt man den so nicht hin? So die sind wir jetzt erstmal los ne? So die sind wir jetzt erstmal los ne? So So Es geht hier kein Signal hin Ja auch voll doof oder? So das Stück müssen wir schon wieder abreißen Und noch ein bisschen verlängern Verlängern Und hier rein Er kann aber auch hier rein fahren Damit er da und da hin kann Das passt schon Ja das sieht erstmal gut aus So Und hier Ist nur die Richtung Und hier Die Richtung ist Vielleicht hat es jetzt geklappt Ich weiß es nicht Gut Ich würde sagen Boah schon 34 Minuten wieder Das ist auch wieder so ein Spiel ne? Alles klar Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen Würde mich freuen Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Falls ihr noch kein Abo habt macht Falls euch die Folge gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Macht euch die Glocke an Kriegt damit wenn ich das nächste Video hochlade Gerne Kommentare schreiben Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dann Ciao Bis dann Ich will also Vielen Dank.